Ex-Bachelorette ist genervt. Sie kann es einfach nicht mehr hören. Immer wieder wird Anna Hofbauer, 33, diese eine bestimmte Frage gestellt. Bist du schwanger? Nun stellt sie ein für allemal klar, dass sie keinen weiteren Nachwuchs erwartet und macht ihrem Ärger Luft. Ich glaube, ich sehe da einen Bauch. Würdest du eine Frau in deinem Umfeld, die aktuell eventuell ein paar Kilo mehr drauf hat, ansprechen und sagen, sag mal. Bist du schwanger? Ich glaube, ich sehe da einen Bauch, schreibt Anna Hofbauer sichtlich genervt bei Instagram. Und für all die Menschen, die immer wieder ein kleines Bäuchlein bei ihr sehen wollen, hat sie auch eine Antwort parat, nämlich ein Bild mit Pommes und Burger. Auf dem Foto ist außerdem ihr Sohn Leo einst zu sehen. Zu seinem ersten Geburtstag machte die Musicalsängerin ihrem kleinen Spross eine süße Liebeserklärung. Dass der kleine Mann nämlich heute so quietschfidel ist, ist nicht selbstverständlich. Kurz vor der Geburt platzte Annas Fruchtblase ganze vier Wochen zu früh, weshalb die werdende Mama im Krankenhaus bleiben und regelmäßig Antibiotikum nehmen musste, um eine Infektion ihres Babys zu vermeiden. Die Love Story von Anna Hofbauer. 2014 wurde Anna Hofbauer als die Bachelorette bekannt. Damals ging sie mit Marvin Albrecht aus der Show. 2017 trennte sich das Paar. Seit 2018 ist sie mit Schauspieler Marc Bartel liiert. Die beiden verrieten erst kürzlich, dass sie an Weihnachten heimlich geheiratet haben.